Namaste, ich bin Britta Lambert und es ist so schön, dass Du da bist. Mit meinen Channelings möchte ich das Licht, das uns ununterbrochen umgibt, das uns trägt, beschützt und bedingungslos liebt, für Dich in Deinem Alltag erfahrbar machen. Wenn Dich diese Botschaften ansprechen, freue ich mich, wenn Du meinen Kanal abonnierst, am besten die Glocke aktivierst und sie gerne mit lieben Menschen teilst. Ich wünsche Dir nun ganz viel Segen und Inspiration mit dieser Botschaft aus der geistigen Welt. Namaste und Aloha. Nicht wie Du jetzt vielleicht erwartest, werde ich jetzt gleich anfangen zu channeln und eine Botschaft aus der geistigen Welt übertragen, nicht jetzt in diesem Moment, aber ich lade Dich ganz herzlich ein, heute Abend um 19 Uhr auf den Link hier unten zu klicken unter dem Video. Da werde ich ein Live-Channeling durchführen im Rahmen des Channeling-Kongresses und falls Du heute Abend um 19 Uhr keine Zeit hast, dann kannst Du dieses Channeling natürlich unter diesem Link jederzeit hören, später, morgen oder wann auch immer. Es wird dann für immer wie alle meine Botschaften zur Verfügung stehen. Ich weiß noch nicht, wer durchkommt, es wird eine Überraschung, aber ich freue mich sehr und ich würde mich auch sehr freuen, wenn Du wirklich live dabei bist, weil das doch nochmal eine ganz andere Energie ist, wie wenn es dann hochgeladen wird. Namaste, alles Liebe, ich wünsche Dir einen wundervollen Tag und hoffentlich bis später. Wenn Du selbst in Dir die Sehnsucht verspürst, tiefer in Kontakt mit Deiner inneren Stimme und der geistigen Welt zu kommen oder wenn Du das Bedürfnis hast, Heiler mit kleinem Haar oder Heiler mit großem Haar zu sein, wenn Du Deine Berufung suchst oder sie wirklich in Deinem Leben leben und erden möchtest, wenn Du Dich erinnern möchtest, wer Du wirklich bist, dann findest Du hier in der Infobox unter dem Video den Link zu meinem Gratiskurs Intuitives Heilen, erinnere Dich, wer Du bist. Erfahre in meinen Fernkursen, wie Du das alte Wissen der Mysterienschule für Dich selbst und auch für andere erfahrbar machen kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und viele praktische Erfahrungsberichte aus meiner über 20-jährigen Reise mit diesem Wirken. Abonniere gerne jetzt einfach mit einem Klick auf mein Bild, meinen Kanal, dann bekommst Du automatisch eine Nachricht, wenn ich neue Videos veröffentliche. Aloha!